So, hier sind wir wieder mit unserem nächsten Teil von Zelda Oracle of Seasons und als nächstes müssen wir glaube ich oberhalb der versunkenen Stadt meint er oberhalb der versunkenen Stadt und das werden wir jetzt hinreiten wenn ich den Weg finden würde ich kann doch nicht schwimmen, oder? dann bin ich hier falsch ich hoffe man kann hier oben hoch da müsste eine Treppe sein ja, sehr schön ich werde mal was ausprobieren weil ich habe von einem Kumpel heute gehört dass er den fünften Tempel zuerst gemacht hat vor dem vierten ich habe keinen Plan wie das gehen soll deswegen werde ich gucken, ob ich das auch hinkriege und ansonsten Aschi war mein Haupt aber dann schaffe ich es halt nicht mal gucken ich habe allerdings keinen Plan wie ich zur versunkenen Stadt komme davon jetzt mal abgesiehen ich kann nämlich nicht schwimmen Witzbeule und eine versunken Stadt ist in Wasser versunken wohl nicht in Sand ja ich würde mal einfach hier gucken da bin ich glaube ich richtig also wenn ich über die Brücke springe mal gucken zack also falsch stimmt ja merkt euch immer wie ihr eure Scheiße ausgerüstet habt mein Gott oh ah nix besonderes dabei schade ja na das war alles schade ich habe auf den Ring gehofft oh da unten ist eine Hülle da unten ist eine Hülle und nur eine dreckige Fee wenn ich wüsste ob ich hier richtig bin aber ich glaube schon ok ich weiß nicht wo ich da bin aber das ist mir egal ok jetzt weiß ich wo ich bin und dann weiß ich auch dass ich jetzt Rikki rufen muss oh Rikki 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 hey Rikki hey mein Gott ok wie er wirklich mit einem Schlag das ganze Ding wegfickt äh entschuldigung für meine Wortwahl weg 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 wie kann man das wegboxen nennen mein Gott der Player so ein Scheiß gut dass ich im Dings unverwundbar bin aber was geht mit dem Player ab ich verstehe das nicht der läuft irgendwie wenn du den nicht benutzt dann läuft der Einwand also dann klingt der sich auch nicht aus sobald du den benutzt muss ich mal nach Google kann ja nicht sein das habe ich aber nicht gedacht zack da na verdammt kommt davon wenn man nicht aufpasst zack äh wie kommt man hier bitte mit Benjamien rüber oder wie der heißt man kann ja den fetten Bären kriegen ah ich glaube einmal spielt man auf jeden Fall das andere also das Känguru und den Bären stimmt sogar zack so hier ist jetzt eine Höhle ja sehr schön spring raus toll was verkauft der mir ähm ah mit dem Un taube taube Nuss was für den Meist und ich auch ja 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 endlich was hat der jetzt gemacht toll scheiß Lied muss ich dir schon mal gestehen ich habe mir erst gedacht jetzt mal hatte ich mir vielleicht schön vollgemacht ok ah das war dieser böse Schurke ich verstehe jetzt weiß ich wo wir sind das heißt wir kriegen gleich wie heißt der Dimitri ich weiß es nicht wie heißt dieses rote Vieh du genau du Knirps schießt das heißt es kommt vielleicht muss die Bomben vielleicht muss die Bomben hochwerfen ich kann ihn nicht aufheben ok ok da gehe ich nicht lang ja mein Gott ich bin schon wieder zurück fuhi das riecht wie Medizin ist halt wie Medizin ok wenn er das sagt die ganze Stadt ist ja ich kann auch nicht schwimmen willst du einen Topf? hm ne willst du einen Topf? doofer mama der meinte irgendwo muss ich hier runter sprühen willst du einen Topf? ne auch nicht hm verdammt hm vielleicht will der ja hier einen Topf hm wenn hier wer wer heh fail würde ich mal sagen oh 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 zack sehr schön gut dass ich hier einmal dumm rumgelaufen bin und der Player hängt mal wieder fick dich doch ins Knie du holst so dödüm danke hm 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 ich verstehe das aber auch nicht warum das so ist ich meine na scheiß doch Leute ja 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 du hast mich gerettet ja Dimitri sehr schön du hast mir geholfen nun helfe ich dir dafür setz dich auf mich drücker A um zuzuschnappen ich bin außerdem ein toller Schwimmer m 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 ja mein Gott ich weiß es langsam das macht auch noch relativ langsam kurz los